Willkommen werte Zuschauer, heute zum Thema der Mensch hat sich an Milch und Fleisch angepasst. Ich habe tatsächlich mal von einem YouTuber, den ich früher, das ist ein Fitness-YouTuber, ich hatte den früher mal abonniert, der ist ziemlich groß und von dem habe ich ein Video gesehen, wo der doch tatsächlich sagt, es gibt keine schlechten Nahrungsmittel, der Mensch hat sich an alles angepasst, also an Milch, an Fleisch, an Käse, deswegen kann das nicht schlecht sein, weil der Mensch sich angepasst hat. Okay, ich denke diese Meinung haben auch viele andere Menschen, viele Menschen, die so gesagt gegen Veganer sind oder das verteidigen, was sie tun, ihre schlechten Angewohnheiten, dass sie auch dieser Meinung sind. So, und hier wollte ich mal klarstellen, wie es in Wirklichkeit ist, wenn man so ein bisschen weiterdenkt. Okay, der Mensch hat sich an Fleisch, so gesagt die Karzinogene im Fleisch, schätze ich mal, wird da gemeint sein, ja, der hat sich so entwickelt, dass diese Karzinogene im Fleisch ihm nichts mehr antun können oder den IGF-1-Spiegel nicht mehr beeinflussen können, wenn man Milch trinkt und so weiter, was nicht der Fall ist, ja, weil man hat die Beweise dafür, komme ich gleich drauf. Und auf jeden Fall soll das so sein. Okay, ich erzähle euch jetzt mal was von Adaption, ne, hier geht es ja um Adaption. So, wenn der Mensch vor, ich weiß nicht, eine Million Jahren Fleisch gegessen hat und bis heute Fleisch isst, dann ist er ans Fleisch adaptiert, so, ne, so soll dann die Meinung sein. So, der Mensch adaptiert, ja, der Mensch adaptiert aber nur in einem bestimmten Maße. Wenn du jetzt rausgehst nach draußen in die Sonne, jeden Tag, auf Mallorca, dann adaptiert deine Haut an die Sonne, ja, das bedeutet, die Haut verdunkelt sich, so dass die UV-Strahlen nicht mehr in die Haut reintreffen können, also die werden, die kommen so gesagt nicht so tief, ne, je dunkler die Haut wird. So schützt sich der Körper davor, ja. Oder sagen wir, du nimmst zu wenig Vitamin C zu dir, dann nimmt der Körper einfach den Schraubregler, der auf 19% steht, ja, der steht auf 19%, du isst und er merkt jeden Tag, du nimmst zu wenig Vitamin C auf und du kriegst langsam einen Mangel und der Körper lächzt nach Vitamin C, was tut er? Er bewegt diesen Regler hoch, ja, auf 31%, sagen wir. Und schon ist er so gesagt adaptiert, ja, und läuft jetzt optimaler und verwertet das wenige Vitamin C, was er kriegt, verwertet er jetzt besser und so gesagt kannst du weiter überleben. Ja, das ist Adaption, das ist Anpassung, das macht der Körper. Aber der Körper adaptiert nicht an Karzinogene, ja, das kann der Körper nicht und das hat er noch nie gekonnt. Und da kann ich auch nicht aus, an zum Beispiel IGF-1-Schwankungen adaptieren, ja, oder auf irgendwelche Hormone in der Milch oder an was auch immer, ja, diese ganzen Krankheitsauslöser von Nahrungsmitteln. Nahrungsmittel und der Beweis dafür ist, Studien, ja, die ganzen Studien über Milch, diese hunderte, tausende von Studien, die WHO hat 800 Studien ausgewertet, als die von einem halben Jahr oder einem Jahr gesagt haben, gesagt haben, Leute, hört auf Fleisch zu essen, ja, ist krebserregend, ja, Stufe 1 Karzinogen wurde Fleischprodukte eingestuft, Wurst und so weiter. Ja, dafür haben die 800 Studien und diese Studien, die sind doch von jetzt, ja, die ganzen Studien unter meinem Fleischvideo, die du nicht schaffst, an einem Tag durchzulesen, oder meinem Milchvideo, ja, die sind doch jetzt, die sind doch nicht vor, damals, als der Mensch zum ersten Mal das konsumiert hat, also vor Millionen von Jahren gemacht, oder? Die sind doch jetzt und die belegen jetzt negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Karzinogene, wie zum Beispiel Nitrosamine oder heterozyklische Amine, die lösen Krebs aus, jetzt, das hat man jetzt belegt, ja, also ist der Mensch nachweislich, logischerweise nicht adaptiert da dran, ja, genauso wie du den IGF-1-Spiegel messen kannst, oder den Östrogengehalt, ja, wenn jemand ein Glas Kuhmilch trinkt, ja, dann steigen die Östrogene im Körper, oder IGF-1 steigt an. Das passiert jetzt, verstehst du? Und deswegen macht das keinen Sinn, dieses Argument, der Mensch ist adaptiert. Und der Grund, warum ein Mensch sowas sagt, ist genau derselbe Grund, warum Menschen sagen, Ernährung hat nichts mit Krebs zu tun. Menschen sagen das, um ihre Verantwortung abzugeben. Wenn du sagst, okay, der Mensch ist an die Nahrung adaptiert, ja, dann kann ich ja alles essen, was ich will. Dann bestelle ich mir jeden Tag hier Pommes, Döner, alles, ne, hier Burger und esse das jeden Tag, weil der Mensch ist ja adaptiert oder nicht. Versteht ihr? Das ist einfach wieder Verantwortung abgeben, ja. Man hat Krebs gekriegt, man will nicht wahrhaben, Nein, nein, das hat nichts damit zu tun, dass ich rauche, dass ich jeden Tag Eierspeck in Öl brate und es esse, ja, und das, keine Ahnung, was auch immer, ne, und hier einen Liter Milch am Tag noch dazu trinke, ja. Das hat nichts damit zu tun, ja. Das sind meine Gene, weil wer Gene erwähnt, gibt wieder seine Verantwortung ab. Das ist immer das gleiche Thema, ob Gene, ob hier Nahrungsmittel sind schlecht, oder ob Adaption, ob Krebserkrankungen, das ist immer das gleiche. Der Mensch versucht immer, seine Verantwortung abzustoßen, ja. Und deswegen, ich meine, der Typ ist, ne, ich will jetzt nicht sagen, sonst kann man noch drauf kommen, wer das ist, aber auf jeden Fall, ähm, das ist wieder so eine Sache, der hat das gesagt und ich konnte es nicht glauben. Ich habe mir so gedacht, boah, wie kannst du nur sowas sagen? Ich dachte, du wärst klüger, ne, also, ich habe ihn natürlich schon längst deabonniert gehabt, aber, äh, ich bin irgendwie auf den Zufall, der hat was über Veganer oder so gemacht, so ein Video, da bin ich wieder auf seinem Kanal und dachte, hey, ja, du machst auch noch Videos, cool. Und da habe ich mir das Video angeguckt und dann dachte ich, boah, er hat einfach wirklich seine Verantwortung abgegeben, ne. Verantwortung abgegeben bedeutet, du hast keine Schuldgefühle, du machst nichts falsch. Mensch, das ist das Ziel eines Menschen, ja, Verantwortung abzugeben und schon kannst du machen, was du willst. Ja, also das wollte ich nur mal zu diesem Punkt sagen, ja, für jeden Menschen, der sagt, wir sind adaptiert, an Nahrung adaptiert, ja, das ist so ein Schwachsinn, ja, und den Beweis habt ihr einfach, den ultimativen Gegenbeweis. Jede Studie gegen Fleisch, jede Studie gegen tierische Produkte, ja, das ist der Beweis, weil die Studien sind ja jetzt, jetzt, versteht ihr? Wir sind an Milch adaptiert, nein, sind wir nicht. Der Mensch trinkt schon hier tausend Jahre Milch, ja, und jetzt macht die Milch Schaden, das weiß man jetzt, versteht ihr? Das ist einfach der Knackpunkt. So, das wollte ich mal gesagt haben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video. Ciao.